Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es ist sonnig draußen, aber richtig windig. Ich stehe hier in Unterhaching, Ortseingang beim Aldi, bei dem ich schon mal gewesen bin und ein Video gemacht habe. Das Video habe ich hochgeladen am 13.12., also es ist praktisch genau zwei Monate her. Und bei dem Video war es auch so, dass die 150 kW-Lader kaputt gewesen ist. Und ich habe mir gedacht, ja, ich verfolge das Ganze und schaue noch mal, um euch zu informieren, ist der denn mittlerweile eigentlich repariert, kann ich mein Auto hier laden? Und ja, jetzt kommt erst mal die Überraschung, und zwar die böse Überraschung. Beide sind auf rot gestellt. Man hat es in der App schon gesehen, in der Aldi App, dass hier wirklich nichts geht. Hier ist zwar erstmal grundsätzlich das Display freigeschalten, aber ein Laden ist hier nicht möglich. Ja, ich wollte mich damit jetzt nicht einfach abspeisen lassen. Und ich bin also reingegangen zum Aldi, habe auch ein bisschen was gekauft und habe dann den Verkäufer einfach gefragt, wie schaut es eigentlich mit eurer Ladesäule hier aus? Seit zwei Monaten ist die defekt. Wird da mal was repariert? Oder wie ist der da stand? Der Verkäufer war, ja, dem war das sichtlich unangenehm, dass die Ladesäule schon so lange kaputt ist. Und er hat gesagt, ja, wir haben Probleme mit der Firma, die die repariert. Da war vor rund zwei Monaten schon mal jemand da und hat wohl nichts bestellt an Teilen. Und deshalb ist die immer noch kaputt. Und angeblich war vor kurzem noch mal jemand da, oder es wird bald noch mal jemand kommen. Es hat nämlich jemand von der Firma angerufen und sich gewundert, ja, was ist denn jetzt mit eurer Ladesäule eigentlich los? Und dann haben die gesagt, ja, ist immer noch defekt. Wann wird denn die jetzt endlich repariert? Da wissen wir jetzt eigentlich gar nichts wirklich davon. Da ist nichts bestellt worden. Also, ja, fängt das ganze Spielchen von vorne bei null wieder an. Das ist echt ein ziemlicher Irrsinn, muss ich sagen. Zumal diese Ladesäule hier, also man würde ja hier zum Haustarif für 39 Cent pro Kilowattstunde laden an der 150 kW Ladesäule. Allerdings Vorsicht, ihr bekommt hier keine 150 kW in euer Auto. Das heißt, nicht mit dem Gedanken hinfahren, super, ich stelle mich da hin und schaffe 150 kW. Das werdet ihr praktisch nie sehen. Grund dafür sind die Kabel, die gar nicht genügend Ampere durchlassen. Dazu gibt es ein Tech-Video. Ich habe schon mal was angekündigt, dass ich so eine Tech-Serie mache und das erste Video davon ist schon fertig. Es sollen drei oder vier Teiler werden. Die anderen müssten noch gedreht werden. Also, da kommt mit Sicherheit in den nächsten ein, zwei Wochen was zum Thema Ladesäulentechnik. Und ich kann euch eins sagen, es ist wirklich hochinteressant, das Ganze. Und wenn ihr euch da auskennt, wenn ihr das anschaut, dann werdet ihr solche Überraschungen nicht mehr erleben, wie ich sie damals erlebt habe, dass ich mich angesteckt habe und gedacht habe, ich kriege hier 150 kW rein. Habe da ein Video gemacht, das heißt irgendwie Fiasko beim Aldi oder sowas. Und ich habe mit höchstens 90, 95 kW irgendwie sowas in der Spitze geladen. Und ja, das ist sehr gut angekommen, es hat sehr viele Klicks bekommen. Das Video schaut es euch gerne an, wenn ihr euch dafür interessiert. Aber, tja, geht nicht. Ja, so viel, also mit 150 kW könnt ihr definitiv an diesen Ladesäulen nicht laden. Aber die Ladesäule wäre gut gelegen. Sie ist an der Autobahn. Wir können das mal im Navi kurz anschauen. Das sieht man hier. Hier kommt die A8. die nach München reingeht. Ja, mal machen wir es mal ein bisschen. So, die A8, die hier nach München reingeht. Und da seht ihr, dass das wirklich super gelegen wäre, weil es direkt eigentlich an der Ausfahrt ist. Und ja, wenn man da für 39 Cent die Kilowatt schon laden könnte, indem ich vielleicht noch was einkaufen kann, wäre das halt relativ eine relativ gute Option. Aber seit zwei Monaten geht sie nicht. Nur, es kann jetzt natürlich sein, dass da Bewegung in die Sache reinkommt. Zumindest, ja, hat da vor kurzem scheinbar ein Telefonat stattgefunden. Ich werde das mal beobachten, werde hier wieder herfahren und werde dann wieder schauen, ob es geht oder nicht. Ich mache ein Video. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, lasst mir bitte ein Abo da. Genauso wie, wenn ihr diese Tech-Serie nicht verpassen wollt, die wirklich spannend wird. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, lasst auch da dann einfach das Abo da, damit ihr das ja nicht verpasst. Glocke läuten. Ja, dann werdet ihr da informiert, wenn was Neues kommt von mir. Ja, was würde ich jetzt also vorschlagen in dieser Situation? Jeder, der laden will und einen Tesla hat, der macht ganz einfach folgendes. Der tickt einmal hier drauf, dann klickt er einmal hier drauf, dann bekommt er alle Supercharger angezeigt. Und hier unten rechts ist der Supercharger Brunntal. Und ihr seht das in der Nebenzeit. Also genau jetzt würde ich für 38 Cent die Kilowattstunde dort laden können. Also sogar um einen Cent günstiger als beim Aldi. Und ja, beim Aldi am 150 kW Lader, wo ich vielleicht 90 kW reinbekomme, wenn es gut läuft. Tendenziell vielleicht sogar weniger. Wenn sich hier zwei anstecken, halbiert sich die Leistung insgesamt. Dann wird sogar noch weniger als 90 kW, die dann noch übrig bleiben pro Ladeplatz. Ja, und beim Supercharger schließe ich mich an. Zahlen sind weniger. Und habe die volle Ladeleistung in aller Regel zur Verfügung. Und kein Problem mit irgendwelchen kaputten Ladesäulen oder sonst was. Da ist einfach Verlass drauf. Da habe ich auch nicht nur zwei Anschlüsse, sondern ich habe zwölf Ladestalls in Brunntal. Und das ist natürlich, ja, das sind Welten. Das sind einfach Welten. Und deshalb ist Tesla einfach so erfolgreich. Und Tesla hat wirklich unangefochten das beste Ladenetz der Welt, kann man eigentlich sagen. Gut, ja, quick and dirty. Das soll es mal hauptsächlich gewesen sein, Freunde. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn euch das gefallen hat, dass ich reingegangen bin in den Aldi, nachgehakt habe. Übrigens habe ich auch gefragt, ob ich als Kunde noch was tun kann. Hat er gesagt, nein, ich als Kunde kann im Moment nichts tun. Ja, sonst wäre ich vielleicht auch auf den Aldi oder wen auch immer zugegangen und hätte mich da entsprechend gemeldet. Also, wenn euch das gefallen hat, dass ich das jetzt hier in meiner Mittagspause gemacht habe, kostenlos, freiwillig, einfach zum Spaß an der Freude bzw. damit ich euch informieren kann und weil ich die Elektromobilität einfach super spannend finde, dann unterstützt mich und unterstützt meinen Kanal. Dem einfach einen Daumen hoch gebt, indem man meinen Kanal abonniert. Die Glocke, Leute, wenn ihr Bock habt, schreibt einen Kommentar in die Kommentare rein oder hinterlasst einen Kommentar. Dann kann ich darauf reagieren. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Wenn ihr euch einen Tesla kaufen wollt, freue ich mich natürlich sehr, wenn ihr meinen Referral-Code dafür benutzt, wenn ihr niemanden habt im Familien- oder Freundeskreis. Ja, das wäre super. Dann habe ich Freikilometer, die kann ich nutzen für Roadtrips und so weiter, wo ich euch dann auch entsprechend mitnehme und das Ganze filme. Und ja, Electroverse sage ich noch ganz zum Schluss, wenn ihr euch da anmelden wollt, was momentan natürlich uninteressant ist, aber ihr könnt euch trotzdem anmelden. 5 Euro Startgutschrift schon mal mitnehmen, wenn ihr es über meinen Link macht und eine kostenlose Ladekarte momentan buchen. Ich bin mit Electroverse im Gespräch. Da gibt es Neuigkeiten. Da kommen Dinge. CityWatt kommt mit großer Sicherheit wieder zurück. Und meine Anregungen sind alle in London gelandet. Ich habe quasi am Tag, an dem ich dieses Video jetzt gerade hier drehe, habe ich nochmal Kontakt wieder aufgenommen zu Octopus Energy, der Mutter zu Electroverse und habe da nachgehakt, was los ist. Und ja, meine Anliegen sind in London, ja, in der Zentrale, in der Firmenzentrale, da, wo auch die Entwicklung stattfindet und so weiter. Also das heißt, sie sind schon mal an der richtigen Stelle, müssen halt wahrscheinlich noch darüber entschieden werden und so weiter. Ich kriege aber ein Feedback von denen und ich werde euch informieren. Also abonnieren nicht vergessen, dann seid ihr informiert. Freunde, danke fürs Zuschauen. Euer Big O Electrify. Macht es gut, schönen Tag. Ciao, ciao. Servus.